Der Krieg Ich wünsche der Ukraine Frieden und dass alle Menschen, die da in die Ukraine zurückkehren können. Ein Krieg ist kein Problem. Krieg ist keine Lösung. Ich wünsche der Ukraine viel Gesundheit. Alle sollen in Frieden leben. Ich wünsche mir Frieden für die Ukraine. Ich will damit alle Kriege auf der Welt beenden. Lass die Ukraine ein eigenständiges Land sein. Den Krieg klären Ich wünsche mir Frieden und Liebe für die Menschen in der Ukraine. Hört auf, Waffen zu freuen. Stopp den Krieg. Ukraine soll frei sein. Es soll keinen Krieg geben, sondern Frieden. Ich wünsche mir Frieden für die Ukraine. Krieg ist keine Lösung. Hört auf. Ich wünsche den Menschen in der Ukraine viel Glück und Gesundheit. Krieg ist keine Lösung. Wir haben eine Entscheidung, ihn zu stoppen. Wir können besser sein. Hört auf zu kämpfen. Ich wünsche mir Frieden. Ich wünsche mir Frieden.